Die Kampagne, Afrika on I-Level, ihre Bewerbung hat uns wirklich sehr gut gefallen. Kinshasa Collection, Mode als Aufhänger, das gefällt uns sehr gut und das im Kongo, im Herzen der Finsternis. Das ist das Problem. Wenn ihr kommt, ist es um deine Vision des Weltes über uns. Ich denke, sein Arbeit wird sehr interessant für euch. Das ist nicht möglich für uns, zu gehen in China. Willkommen in China. Wir landen nicht im Knast. Und verhalten uns unauffällig. Action! Das kann nicht sein! Die haben uns rausgekickt. Nous sommes ruinés. De toute façon, vous êtes à Kin, qu'est-ce que nous on fait? Faites comme nous, improvisons? Pourquoi on crée pas un label avec ça? Un label qui s'appelle Kinshasa Collection. » Hey! Young Mo! Young Mo! Young Mo! Young Mo! Young Mo! Young Mo! Ça fait partie du marché Gambella? Ça fait partie de la galerie Mongo. Dans cette galerie, il y a tous les gens qui coupent et qui modifient les vêtements. Qui coupent et modifient quel vêtement? Les vêtements de deuxième main, de seconde main qui arrivent dans les ballons. Les ballons... La friperie, hein? Oui, la friperie. La friperie, mais pourquoi ils les modifient? Parce qu'il faut les revendre. Pour créer un autre style, un autre look. Un autre style, un autre look. Et comme ça, les gens ne savent même pas que ce sont des choses modifiées. Mais même les vêtements de marque, ils font ça? Ah oui. Même les vêtements de marque. Ça aussi, c'est Kizoba Zoba? Ça, c'est très Kizoba Zoba. Oui, M. Wilson. Je vous rappelle. Mote. Je vous rappelle. Non, non, non. Mote. C'est ici? Oui, je le fais entre d'autres. Super. C'est ici. C'est ici. C'est ici. D'accord. C'est ici. C'est ici. Vous trouvez de la route? C'est ici. Les hésitions sont des fesses. Ils ont des problèmes, vous avez des faules. C'est ici. C'est ici. Hallo. Ich habe keine Ahnung, weil wir die Situation sehr gut sind. Wenn man sich gut fühlt, dann wird es gut sein. Aber wenn man sich gut fühlt, dann wird es gut sein. Es ist gut, es ist gut. Das ist eine Maschine, die nicht elektrische. Und die Elektrizität ist das, was man hier fehlt. Aber man sieht das sehr gut aus. Das ist ein Vorbild, die wir nicht mehr tun. Da ist es eine Maschine. Roh, euer Gott! Ein Mann ist das, was sie öffnet? Das ist eine große Herausforderung. Es ist ein sehr guter T-Shirt, mit zwei Fähigkeiten, mit zwei Fähigkeiten und zwei Fähigkeiten. Es gibt keine Verzüge. Es gibt Leute, die wissen, dass sie etwas gut zu bekommen, um ein Verhältnis zu geben. Das ist die richtige Verhältnisse. 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 Es ist nicht die zweite, sondern die dritte und die dritte. Aber es wird nicht getötet. Es ist in mindestens zwei Minuten. Es ist das. Du hast gesehen, es ist auch die Öl oder die Öl. Das ist unglaublich. Das ist die Öl. Das ist die Öl. Das ist die Öl. Die Öl? Es gibt nur die Öl. Es ist wichtig, dass die Öl und der Öl. Das ist die Öl. Das ist die Öl. Das ist die Öl. Das ist die Öl, die Öl ist nicht zu resmerksam. Das ist die Öl für die Öl. Das ist die Öl. Und mit einem Stylen. Genial. Excellent. Wir haben ihn adoriert. Oh, das ist gut. Der rouge? Nein, nein, nein. Der rouge? Der rouge? Ah, nein. Das ist gut. Null. Bilele? Das geht nicht. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Ja, das ist falsch. Ja, das ist falsch. Der noir ist super. Ich finde es falsch. Es ist falsch. Ja, das ist vielleicht die Bile. Das ist falsch, die sich auf andere Kulotte. Nein, ich glaube, das ist die Farbe. Das ist die Farbe. Das ist schon so. Ich bin eher ein Preneur. Wenn man das Qualität hat, wenn man es ist, dann kann man es nicht mehr. Man kann es nicht mehr. Wenn man es nicht mehr als Ereger hat, dann kann man es nicht mehr. Okay. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Also, sie werden dir einen Look. Du hast die Sachen wie das, in der Nürnberg. Und dann können sie den Logo und dann wiederholfen. Ah, du hast du? Mit dem kleinen Pochois das funktioniert sehr gut, Cedric. Das ist auch der Logo. Ich liebe das. Das ist ein guter Job. Ich bin sicher, dass es auch bei Dorothea klappt. Du weißt, dass sie noch nicht so gut sind. Du weißt, dass sie noch nicht so gut sind. Aber ich glaube, dass sie so gut funktionieren. Aber ich glaube, dass sie das, wenn sie sehen, was es gibt. Und ich glaube, dass es hier, oder in Berlin ist, dass wir unsere Marke haben. Das ist gut. Das ist gut. Das ist einfach ein Test. Das ist wirklich ein Test. Wir machen die Materialiener. Es gibt nichts mehr als die Materialiener. Absolut. Und hier haben wir die Materialiener. Ich denke, das ist Schluss. Entschuldigung. 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 Es ist gut. Jetzt machen wir eine Testrecording. Oh, die sieht einfach nicht aus. Das klingt gut. Hey, dear. Wie geht's? Ich bin gut. Ich habe noch Zeit, noch zu sehen. Ja, du bist fantastisch. Und das ist nicht mein Fall. Ich kenne dich immer, weil ich in Dipschitz bin. Ich meine, wir sind in Dipschitz und wir brauchen deine Hilfe. Ich bin Dorothy. Hi. Ich presentiere dich, Dorothy. The colleague I'm working with. And that is Jana, who is also with us. Wait a second. Here she is. Hello. Oh. Oh, okay. We lost her. We lost her, but... Sollen wir noch mal probieren? Wir versuchen uns gleich nochmal. Yeah. Yeah, you are again. Okay. Hello. Yeah, I would love to have you here in Kinshasa, you know. The people and the stuff are great, but, well, it's a long story. We lost a lot of things. But the production company, you know, is bankrupt because we did invest everything in this production. And the only thing left is this great collection. It's really nice. Because I'm sure you will love it. Yay. That is why Pascal suggested to call you. Yeah, because I don't know anybody else, you know, dealing and displaying and walking around fashion in Berlin like you. You know, you do best things there. And so I just propose, Dorothy, to bring you in. That is quite a small border. I mean, what are you planning on selling all this stuff? Why are you even coming back from Kinshasa? In two days, we are coming back. The connection is quite bad, I know. Yeah, yeah. I'll just figure something out quickly in Valencia where I can connect with. Okay. Okay. When you come back in today, let's have to get a seat. Oh, thank you. Okay? Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Du, du musst ihre Fotos aus Südafrika sehen. Und die ist ein super Modell, aber vor allem mit einem sehr guten Geschäftssinn. Die ist die Person, die wir brauchen. Okay. Okay? Guck mal, du siehst aus, als würdest du gleich die Braut von... In diesem Shape heiraten. Okay. Oder, Jana? Ja, hallo, ich bin's mal wieder. Jetzt sind wir wieder back home sozusagen. Eigentlich gar nicht viel passiert dort. Hier sitzt relativ depressiv zwischen den Umzugskartons jetzt im neuen Büro rum. Pascal versucht Geld zu verdienen. Ich glaube, wir drehen gerade in Finnland oder so. Und ja, und ich bin jetzt auf dem Weg und treffe mich mit diesem Supermodel. Und ich hoffe, da geht ein bisschen was. Und ich melde mich wieder bei euch. Das ist sehr großartig. Das könnte eine sehr schöne Erdition zu unserer Collection sein. Ja. Ich weiß nicht, dass ich nichts über Stefan weiß, aber für mich. Ja, ich denke so. Ich denke, sie würde uns schützen, wenn sie mit uns entschieden wäre. Und wenn sie mit uns schützt, wenn sie mit uns schützt, wenn sie mit uns schützt sind. So, Susanne. Oh. Family. Yes. So, ich habe dich hier mit Problemen. Oh, mein Gott. A fashion kind. Okay. Ich habe eine ganze Team, die mich zuerst haben, um die Kinshasa zu nehmen, und die Kinshasa zu machen, und sie in eine cohesivere Collection. Oh, okay. Und die meisten von denen, die ich jetzt gerade habe, ist Upcycled. Die Team hat sie mit ihnen zurückgekommen. Du hast ein paar Fotos? Ja, ich habe das. Das sind alle die Kliniken. Oh, okay. Wait für eine Sekunde. Das ist die Kliniken, die ich gerade habe. Und ich versuche es zu diesem. Okay, aber ich kann es nicht verstehen. Sind diese Kliniken? Ja, die meisten von den Kliniken sind aufgetragen, weil sie aufgetragen werden. Okay. Du siehst viele Kliniken. Aber auch die meisten sind auch counterfeit. Okay. Das sind die Kliniken? Ja, die sind die Kliniken. Okay. Oder sind die Fakes? Well, sie sind nicht die Original. Sie sind die Fakes. Sie sind die Fakes. Sie sind die Fakes. Okay, was du mit Fakes? Ich meine, diese sind die Fakes. Das ist das ich meine. Das sind die Fakes. Die sind die Fakes. Und... Okay. Okay. Und du willst mich mit dieser Fakes? Das Material. Das Material. Das Material. Das Material. Oh Gott. Und du bist auch Teil der Filmcrew? Genau, ja. Ich habe Kamerinnen. Okay. Und das alles in dieser kurzen Zeit? Oh Gott. Das ist ja Wahnsinn. What a crazy project you have in this short time. I'm... I don't know. I'm so busy to have this to the 11th. And what do you think? Want me as just look at you and discuss a little bit? It would be nice if you would make eight outfits for this. Eight outfits? I know. I know. Ihr seid völlig verrückt geworden, glaube ich. I mean, I think... I... Honestly, he didn't tell me that he told you that you're supposed to do a fashion show. And I'm not really convinced that this is necessary at this stage. Wow. I think, I mean... Pascal told me that I should do it because for... It would help you get out of trouble. So that's why I'm actually here to do it. But at the end of the day, how do you intend on selling without making a fashion show? I don't know. But all I know is that making a fashion show is so much trouble that I'm getting shit scared. And we had so much trouble. But you want to sell a fashion? Yes. You want to sell a fashion? Yes. But we can sell it in an online shop. We can, you know, we can... I mean, making an online shop without establishing a brand is very pointless. I mean, you can't do that. How are people going to know who you are? How are you going to convince people to come to your online shop to buy it if they don't know who you are? How... Are you sure you can pull it off? I think I can. I mean... Okay. We all... Yes, you can. Yes. I can do it. Yes. I can. Okay. I... I will do my best trying to support you. But also... Can we wait until Pascal comes back before we take final decision? Is that okay? Or do you... I mean, I need, I need, I mean, I'm helping you guys to form a fashion brand. I'm going out on a limb over here and I'm getting lukewarm from you. I need a little bit more hot water coming here. Dorothée, I don't have a lot of time here because I have to continue the montage of my film. What I wanted to say is that... I think that this evening... Pardon. Dorothée, can we start with her? Can we start with her? She's going to me. I can't. Just start with her. Yes. D'accord. On va avec... Loin, loin. Parce que moi je dois parler. C'est important. Pas... Loin, loin. Oh! Allez-y, allez-y. On peut recommencer ou est-ce qu'on peut continuer? Non, on peut continuer. Oui. D'accord. Dorothée, je disais que c'était... Cette soirée n'aura pas les sens s'il n'y a pas une équipe congolaise. Donc il va falloir absolument qu'il y ait deux ou trois personnes. En tout cas la mesure des possibilités. Il doit y avoir des Congolais qui ont participé dans le projet lors de cette soirée. On va faire un effort. On va... Cédric essaie d'aller chercher le visa. Il y a peu de temps, mais il faut absolument. Il faut absolument. Il faut absolument. Ok, donc ce sont les modèles. C'est Adrien. C'est Ellen. C'est Freddy. Ok. Ellen, Freddy. Bonjour. Bonjour à vous. C'est ma collection. Et... Ma space. Ma space. Ma showroom ici. Ma showroom. C'est ma showroom. Ok. Je peux voir? Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. C'est plus que 100. C'est plus que 100. C'est plus? C'est plus que 100. Parce que vous voyez, nous avons fait des applications et nous avons fait tout ici. Donc c'est 170. C'est plus que 100. C'est plus que 100. C'est plus que 100. Oui. Oui. Je veux vous expliquer. Les gens vous donnent tellement de money pour l'upcycler. Quand j'ai commencé 10 ans, j'ai toujours eu à la fois de parler à des gens et dire, « oui, mais c'est plus plus dur pour l'upcycler des choses, pour faire quelque chose de nouveau, de quelque chose d'aujourd'hui, que de faire quelque chose de nouveau. Oui, oui. Oui, vous aussi. Susanne, les outfits sont presque prêts. Est-ce qu'on est prêts ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup de choses à vous demander. Je vais vous montrer, Gachi, les choses que j'ai préparé. Et vous, Cédric. C'est tout ? C'est tout ? C'est tout 10 choses. Mais je veux vous montrer que j'ai pris votre logo. Oh, regarde ça, Cédric. C'est un logo. 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 Les modèles sont prêts. Oui. Oui. C'est ce genre deczein. Et il y a des déścią boards... Il faut avoir Mitә ne l' tiram. C'est un logo on vioi. Ok. C'est très intéressant. C'est ce qui c'est un logo, mais pour vous. C'est un collet d' 2e Kinshasa. Ich möchte es wirklich in der Mitte sehen. Und für dich, du hast dieses und die Träuser, also muss ich schauen, wie lange die Träuser fit sind. Du hast die Möglichkeit, etwas wie dieses, auch mit dem Logo, einer der Träuser. Dann gibt es auch eine andere Träuser. Und dann hast du eine Träuser wie dieses. Ja, es ist auch sehr schön. Oh, ja. Okay, es ist die Brücke. Es hat die Zippe in der Brücke. Oh, okay. So, einfach probiere es. Und dann kannst du eine andere. Okay. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. So, and then? But I think, what do you think? Does it look good when it's like this here? I think... I think it's a little bit too tight. I think it's a little bit too tight. Maybe if she tries, how about the other one? How do you feel here? This is too big. Yeah, this is a bit too big. We just need to be taken in. So, we have it open here and we just... Ah, okay. We just... I put one out and... Okay. All right, let me... Yes. What kind of shoes do you think he should wear with this? I don't know. Flip-flops or... Flip-flops? Yeah, flip-flops. It would be good. Yeah, yeah. So, if he's wearing flip-flops, then maybe a little bit so it's not on the floor. Yeah, yeah. Okay. I think this is good for you. This is very beautiful for you. Like, I'm married you now. This is good. On the spot. Right now. I will... I'll get my South African passport. Okay. So, then wear a white undertrowser, please. No. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Black, yeah. That was a joke. Or gold, if you have. Gold, if you have. Gold would be very nice. Gold underpants. You can make one. You can upcycle one for me. Yes, I can upcycle you a gold underpants. The ear is very different. It's like you are upcycling this very eye. And then... The whole design is very low. This is a very special context. In Kinshasa, for example, upcycling happens out of need. And here upcycling is ethics. This was very interesting that designer clothes made to fit, tailor-made clothes in Kinshasa are less expensive than when you buy wedding clothes. I think because of all the clothes that are sent via Kleider Sammlung, we have destroyed the local market so much that local tailors also have to do it. No. And they destroyed very, very local market. Yeah. Destroy that. No. Destroy markets and the people inside the country have no market. Yeah. Yeah. They have no market. It's kind of... I'm very surprised by that because here is ethics. Mm. Function is first ethics. I think it's also something... I mean, it's something where they hold hands. Whereas if you look at upcycling here and upcycling there, whereas you feel almost like people who dress normally here do the opposite. Like they kind of... You could call them the upcyclists because they all try to fit in. And then in Kinshasa, it's the opposite. Whereas people who upcycle actually upcycle out of a need. And if you buy expensive clothes, then you know you're buying... It's not ethical at all. It's not based on ethics. You're just buying expensive clothes. Okay, so the real thing is now to make money out of this. I'm sorry. I have to come back to this reason of why we are here. I mean, Susanna, I'm really grateful and to both of you. He made us turn our film into a collection. And the reason why we are doing this is to try and become successful. So we... Yes. Okay, thank you very much. Thank you. See you on Friday. See you on Friday. We have to try this. I know. We have to just try the change in between to be very... Yes, but who is in charge? You see, that's why I was thinking, Adrian doesn't walk at the final run-through. Vielleicht is it am einfachsten, wenn Sie nacheinander gehen, oder? Yeah, natürlich. We have to move on quickly. We do this one more time. Okay. Okay. Belinda. Where is this? That's for Belinda. I will speak in German. So... What's this? And they're all clapping and she's going to call the designers and we're all going to walk out and just do a bow and come back and then you all come back. Exactly. One more time. We do one and then... Then we... Then we form the parade and then... That's the last thing. Yeah. That's the last thing. Yeah. That's 20 years. I stole it from my father. I love that. No, no, no. No, no, no. No, no, no. You're doing some kind of thing. It's like, what's the best thing? I love it. Does it look like I got fresh, mate? The other one? This one? Yeah, I bought it. Cool. Hey. Hey. We'll have a good focus for the market. Yeah? It needs. It needs to be a bit now or never. It needs to be a bit now. Hello. Hello. Good evening. It's not that it's possible. What do you do here? It's a public event. Everybody can get in as many people if he gets paid. Do you know that you've ruined them? Von ruinieren kann man ja wohl nicht sprechen, sie scheinen ja einen ganz guten Reibach hier heute zu machen, nicht wahr? Das finde ich so dreist. Ich weiß nicht, ob wir uns noch mal wiedersehen. Ich hoffe nicht. Fabric, that was your name? Great collection, great event. Congratulations, we should talk. We don't need to lose time with this. Pascal, on s'en va. On y va, allez. We don't need to lose time with this. Wow, 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 wow. Merci beaucoup Lova Lova. Thank you so much Lova Lova. Okay, welcome to everyone to this launch of the Kinshasa Collection, The Show. My name is Wendy Bashi, I'm a journalist, I'm a filmmaker, I'm from the Congo, as you can understand to my accent. Please help me to welcome my co-host, Madame Dorothee Werner. Thank you very much, Wendy. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, um dabei zu sein, wie wir heute die Weltpremiere von Kinshasa Collection, dem Fashion Label, feiern. im Saming Nothing ... zum Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. If now you feel inspired and you want to pop up your own wardrobe, feel free. Hopefully, everything is on sale, will be on sale on our online Kinshasa fashion shop after the sixth episode. You might be surprised. You might be surprised. You might be surprised. You might be surprised. ARD Text im Auftrag von Funk